Was für ein grünes Bett lagen hinter mir ist, das ist halt eine andere Kamera, weißt du, ich habe jetzt zwei Kameras. Zwei Kameränen? Das ist glaube ich die Mehrzahl. Zwei Kameränaß. Eeeh Kameränaß. Ja, hast du nicht immer einen Kulisch-Tür? Ja, da habe ich ja auch noch, ich habe jetzt zwei Kameras. Daytrinking should be verboten. Also ich mache kein Daytrinking, was Kobuk macht, keine Ahnung. Was ist geplant, steht schon im Titel. Das ist eine neue Vanguard-Waffe raus, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, aber es ist neu. Sie haben es geschafft, dass die Vanguard-Waffen, also zwei Stück, jetzt schon im Battle Pass drin sind. Das ist einmal dieses Sturmgewehr hier, was eher aussieht wie eine MP. Oder so ein Taktik-Gewehr, das hat er ja noch nicht freigespielt. Ähm, ja, ich werde es jetzt mal ausprobieren. Ich spiele es mal mit einer Snipe. Wir werden uns erstmal rückstoßen und alles so angucken, wie das Ding funkt. Und leider uns gar nicht größer anschauen, glaube ich. Also... Vielleicht... Vielleicht es ja nicht anpassen kann. Vielleicht über einen Battle Pass. Hier, so. Also... Das neue Sturmgewehr Bravo von Vanguard scheinbar. Ähm... Es ist in der Ausführung jetzt eher, glaube ich, auf eine MP oder so ausgerichtet. Ich habe mir jetzt noch nichts groß dazu angeschaut. Naja... Wir werden mal gucken. Ihr seht ja, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Aufsätze. Zehn sollen möglich sein bei den neuen Waffen. Mal gucken. Vorbei... Ich nehme es zurück, dass der Rückstoß geht. Aber... Der optische Rückstoß ist es halt. Alter... Das ist noch 15 Meter. Wow. Okay, also es könnte lustig werden. Mit dem Ding jetzt heute zu zocken, ey. Ich habe es am PC gesehen. Also, was am PC? Ich habe es bei... Bei wem habe ich es gesehen? Bei... Ponyhof habe ich ein Video gesehen. Ich fand, da ging es sogar einigermaßen. Aber... Der hat natürlich auch irgendwie... Keine Ahnung was... Der hat halt... 120 Echo Wii wahrscheinlich. Und nicht... 80 hier. Meine Ahnung. 14 Uhr hat er geschrieben. Ich weiß schon. Ach so. Bist du blöd, Alter? Ich habe es nicht. Ach so. Ach so. Ach so. Ich habe gedacht, der Jago meint es halt jetzt zu mir. Das stimmt natürlich auch wieder. Die... Annahme ist berechtigt. Ich hab's. Ich hab's. Ich habe keine Waffe. Äh... Was macht da eigentlich der Dulle da wieder? Und dann läuft die ganze gegen... Das ist bestimmt... Der Dufnyak. Das wäre sauwitzig, Alter. Ich lande doch bei der Kiste. Sieh dich doch nur an. Oh, ich lande doch nicht bei der Kiste. Ich bin tot. Schüsse! Schüsse! Ich bin getroffen! Ich hab mal noch einen Cluster-Strike, wenn jemand... Ich hab mal Provi ja die Party verlassen. Da muss er scheinbar ausmachen. Ich hab dazu eine neue App. Die womöglich in dieser Situation hilfreich ist. Meint ihr, der Erkopf hat mitgekriegt, dass wir ihn nicht mehr hören? Ich denk's nicht, ne? Ich hab eine Granate. Ich hab eine Granate. Ja. Und er arbeitet mit er. Ich hab zwei, der in den dem 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 dem. Du bist dann wiederer damit... Oh, ich hab dich nicht. Ich habe eine Granate. Ach, ich habe eine Granate! Doch, ich bin ja. Ich hab ein Rössch mit dran. Lieb das ganze Zeit. Ich hab ein Rössch mit der Garen. Das gertuchbar. Nein! Nein! Danke, aber hier ist noch einer näher bei mir, glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie er mich sehen kann. Ich weiß es nicht. Noch einer? Sag mal, wie viele noch? Das ist doch absolut shit. Wollt ihr mir eigentlich auf den Sack gehen oder wollt ihr mir auf den Sack gehen? Ja, wir wollen ja auf den Sack gehen. Ich kann gerade nicht. I can't talk at the moment. Mein Team ist auch gerade scheiße. Der Jakob redet nicht mit mir. Der Ferdel redet nicht mit mir. Nein. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir Platten kaufen und habe den Jakob gekauft. Geil. Ich bin so dumm. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Der Jakob wird geschrieben, du sollst den Spieljet. Okay. Ich habe jetzt auch gerade nichts Besseres zu tun, als in den Spieljet zu wechseln. Wenn ich jetzt sterbe, dann kriegen die gleich richtig das Ohr vollgeheult. Warum? 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 Hä? Warum? Das Sound ist viel zu laut jetzt. Ja, sehr gut, Dulle. Alter. Oh, Zabek. Ich denke, du hast einen Snipe kassiert. Ich denke es mal nicht. Ich denke es mal schon. Ich habe echt einen gepfüxt. Ich habe echt einen gepfüxt. Der ist um die Ecke gekriegt. Er ist raus, der ist raus. Der andere wiederbelebt sich nicht ey. Oh fuck. Da ist er, da ist er. Nein. Shit. Oh fuck. Ich bin durch. Oh. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Oh man ey. Ja, läuft von dir. Ich bin durch. Alter, der ist das drin. Ich bin durch. Kann ich jetzt irgendwann die Waffe nachladen? Danke. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist gerade. Wie lange will das bei mir jetzt eigentlich noch auf Abdeck grünen? Ja. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ja. Ich weiß nicht, was soll weiter. Ja. Wir lassen im Einsatz. Geh. 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 Oh. Ja. 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 Aber bei mir steht die ganze Prüfung auf Update. Ciao. Na 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 na. Untertitelung des ZDF, 2020